Es ist eine überragende Einstellung, solch einen Job auszuführen. Das kann sicherlich auch nicht jeder, vor allem wenn man über einige Stationen geht, wo es dann doch wirklich sehr traurige Fälle gibt. Also das selbst zu verarbeiten, ist natürlich sicherlich sehr schwierig. Deswegen meinen größten Respekt vor den Menschen, die sich das zutrauen und dort in ihrer Arbeit auch wirklich aufgehen und das sehr intensiv betreiben. 150 Jahre Bethel feiern wir in diesem Jahr und das ist natürlich eine großartige Zahl und schon so lange und wie vielen Menschen dort auch in der Zeit geholfen wurde, ist sicherlich kaum zu erfassen und deswegen eine großartige Leistung und ich hoffe auch weitere viele, viele tolle Jahre. Du für mich der Sonnenschein Die Sonnenschein Die Sonnenschein Die Sonnenschein